Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Äh, ich muss da mal. Willst du nicht irgendwie einen anderen Tee wenigstens? Wieso nicht? Ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe. Doch. Was? Wir gehen hier nochmal zurück. In Anführungszeichen. Um da den einen Raum dann auch zu machen. Oh, Sprinter! Du kannst mir nix. Ha. Nein, verdammt. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Aber gut. Keiner hat was gedroppt. Die schlechte Gegner. Jawohl, Reparaturpulver. Oh, ein Schlüssel. Äh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Genau, ein Schlüssel. Ein Schlauch. Lampe erhalten. So, hier sieht er so eine Fahrbahn. Oh, laufen wir weiter. Jetzt sind wir natürlich unnötig Wege gelaufen und dadurch, äh, unnötig Wasserressourcen verballert. Ich verstehe das. Ich verstehe euren Unmut diesbezüglich. Aber das ist jetzt nur mal so. Und wir müssen gleich nochmal zurücklaufen wegen der Kiste. Weil ich glaube nicht, dass wir gleich hier einen Schlüssel finden dafür. Wobei, vielleicht im nächsten... Oh, geh doch dran. Bitte. Was ist das? Bahn... Ah, guck mal, wir haben eine Bahn öh, gefunden. Komm, eine Bahn öh. Äh, hier ist der Schlüssel. Oh, das ist ganz vorsichtig. Das Adler hier. Oder Atlas? Adler, Atlas? Ich weiß nicht mehr. Was passiert, wenn ich durstig bin? Oh, Skelett, nimm das. Schattenläufer. Okay, da ist es yammy. Erinnert mich an yammy. Yubi. Also ein bisschen, ganz kleines bisschen. Kann hier bitte eine Quelle sein oder so. Anbau erhalten. Oh, ich jetzt noch ein Sprinter. Fuck. Genau, nimm blöd vorbeigelaufen. Ja, Drop war's. Stachel nicht erhalten. Was ist das da hinten? Bitte ein Anti-Durst, ein Anti-Durst, ein Anti-Durst. Nein. Das ist blöd. Okay, ich würde vorschlagen, wir laufen nochmal nach hinten. Ich weiß, wir haben gerade tausend Laufwege um die und die sind und versuchen die große Kiste zu knacken. Nein, wir haben kein Schlüssel hier für gefunden. Und dann muss ich das natürlich versuchen, so aufzubrechen. Ich frage mich, was man mit der Bahn genau macht. Kann man da inzwischen mit Stockwerken hin und her fahren? Boah, ich versuche das mit dem Erraten. Das ist wahrscheinlich eine Giftfalle, oder? Ich hab's ja entschärft. Leck mich. Und direkt ein, äh, hier. Es schief mitbekommen. Von der Playsi. Die Bahn kannst du auslassen erstmal. Die führt dich in einen Bereich mit extra starken Gegnern. Wo es auch geile Items gibt. Na ja gut, das ist nicht unbedingt was für mich. Gut. Jetzt laufen wir mal ins nächste Stockwerk. Sozusagen. Beziehungsweise kurz raus. Weil. Ähm. Ja, wenn wir dann geheilt werden und alles. Dann können wir uns. Von Bürgermeister eventuell noch ein Reparaturpulver abschauen. Oder kriegen wir keins mehr, wenn wir schon eins haben. Wahrscheinlich nicht, ne? Kommt es mir nur so vor, dass bei euch das Spiel ein bisschen dunkel im Stream. Wir gehen als erstes in den Editor-Modus. Ja, ich kann doch gar nicht das Bürgermeisterhaus versetzen. Und die Höhle auch nicht. De fact. Geht. Also bei mir auf dem Fernseher. Und auf dem Monitor von Kira. Sieht das Ganze deutlich hell aus. Als in dem Vor. Also in dieser Stream-Vorschau. Deswegen. Hab ich. Gefragt. So, da möchte einer handeln. Was ist das? Zimmer. Okay, er möchte kein Zimmer. Möchte er einen Lagerraum? Möchte er. Oh, er kann Besuch haben. Wir haben eine Mühle. Lol. Musste ich nicht so eine Mühle bekommen. Haben. Ah ja, doch haben wir. Die muss ich noch bauen. Irgendwie hier so vielleicht. Ah, das wusste ich nicht. Nur als Beispiel. Ich stelle mich hier hin. Und die Bäume. Komm hier weg. Komm hier hinten rein. Jetzt so Erdbeer. Hm. Ich will mal Löffel töten. Jo. So, stellen wir die erstmal da rein. Was ist von SimCity? Hm. Ja, das ist so ähnlich. Wenn ich jetzt hier auf... Alter. Rätig Teleporter und so. Sieht nach einem kniffligen Auftrag aus. Ich habe deine Tasche wieder erfüllt. Sei vorsichtig, ja? Dankeschön. Oh, jetzt haben wir hier einen Weg, den wir entlanglaufen können. Ich komme nicht damit klar, dass das... ...die X-Ach... ...die Y-Achse nicht invertiert ist. Oder X in dem Fall. Wie dachte ich, man sieht... Kobachow, danke, Thor. Oh, oh. Und was genau ist in diesem Feiertag passiert? Ich weiß, dass ein Licht vom Himmel kam. Und dass die Häuser verschwanden. Und danach erinnere ich mich an nichts mehr. Hör zu, vergiss nicht, mein Zimmer zu vergrößern. Wenn ich bitte... ...und bitte lege die Hand nach draußen, ja? Wie soll das aussehen? Ich hätte das Haus gerne irgendwo, wo ich gut trainieren kann. Und wenn ich damit fertig bin, ich gebe dir etwas. Aber es ist geheimlich. Hier ein Tipp. Es ist härter als Stamm. Oh, Kira! Hallo, wieso nennst du mich so? Es sind immer die beiden im Chat. Ja, und? Das kommt trotzdem noch auf... Nenn mich nicht nach meinem Internet zu reden. Wieso? Das ist unangenehm. Ach, jetzt auf einmal. Wie soll dein neues Haus aussehen? Vergiss nicht den Zaun und die Lampe. Wir hatten den ganzen Kram. Wie alle anständigen Leute. Du weißt schon. Okay. Dann bauen wir dir mal einen Zaun und eine Lampe noch hin. Wie soll die das einfach nicht nehmen wollen, dieses Zimmer hier? Na gut. Na gut. Speichern wir mal schnell. Na gut. Speichern wir mal schnell. Und gehen in die dritte Etage von der Götterbiesthöhle. Genau so heißt sie. Genau so heißt sie. Was Zimmer ganz rechts. Ich hab doch das nach ganz rechts gemacht. Sonst bin ich extra... Ich hab's doch da reingestellt. Beide Zimmer hab ich versucht. Das hat ja beide nicht genommen. Ich hab's doch da reingestellt. Ich hab's da reingestellt. Ich hab's da reingestellt. Ich hab's da reingestellt. Da war ein Zimmer noch. Ups. Wenn du so weiter nervelst, spiele ich das nicht mehr live. Musst du das auf YouTube gucken? Ich erhänge mich. Alter. Oh. Wieso geht das nicht? Mit dem Fluchtpulver. Man kann doch mit Fluchtpulver fliehen, oder nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Nein, das ist das Reparaturpulver. Das möchte ich nicht benutzen. Gut, dann machen wir halt. Ich hab nur noch ein Wasser, das ist doof. Das lassen wir erstmal. Ich dachte, über die Gedankenübertragung geht das nur. Ich dachte, der hat doch gemeint, mit dem Pulver geht das doch immer. Oder hab ich das falsch verstanden? Das mal passt. Suh? Nö!